Hallo und herzlich willkommen zurück bei Los Forrestos, Popestos, Domestosteron und Thrombosi, haut ab! Was ist mit dem Mann? Thromböschen, zeig mir mal dein Höschen. Da hat er keins. Naja, da hat er ausgezogen, weil die Beine ja langsam pulsieren. Thrombosi, 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 du bist doch die schönste der Welt. Äh. Äh. Oh. Der ist aber auch ein bisschen aggressiv. Ich find die Specktitten irgendwie süß. Kann er hier die Bäume? Aber bringt uns ja nix, ne? Ey. Oh, Vorsicht. Vorsicht, Tobi, Vorsicht. Bei dem wird das Katana, glaub ich, ganz hilfreich, ne? Hui! Ich bin da dran rausgegangen. Oh, ich brauch Ausdauer. Ich trink mal kurz nen Schluck. Wenn du Ausdauer brauchst, einfach ne Cola trinken, ne? Dann ist gleich wieder alles gut. Mhm. Okay, das war echt lame. Oh. Der hat irgendwie nur so rumgestampft, ne? Ja. Okay. Ich kenn jetzt ne gute Taktik gegen den. Okay, gut. Hm. Oh. Oh. So. Iiii. Hm? Das sieht aus, als wenn das irgendwie deine Hüfte wäre. Das ist mein Baby. Nein, bitte nicht. So, und jetzt, pass auf, jetzt. Guck mal, der bewegt sich noch n bisschen. Kann man... Ich scheiße ihm jetzt in den Hals. Iiii. Iiii. Der bewegt sich noch. Ja, sag ich am liebsten. Oh, warte, komm, dreh dich um. Oh, ja, komm, dreh dich. Oh, jetzt noch das Beinchen zusamm... Oh, ja, nice. Ja, jetzt hab ich dich so, wie ich dich haben will. Oh, la, 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 la. Boah. Bum, bum. Hüpfburg bei Ikea. Bum, bum, bum. Oh, Tobi, hinter dir. Alter, echt... Die Füße sehen echt nicht so gut aus, ne? Die Füße? Ich glaub, die kriegt man nicht ab, oder? Ich glaub, bei dem kriegst du echt nur nen Kopf ab. Hier sind lauter Schildkröten. Ach, weißt du, wenn wir schon mal dabei sind? Nur mal, nur mal vorsichtshalber. Ähm... Oder? Nur mal kurz was essen. Ja, das ist ne gute Idee. Ich kann auch mal was drauflegen. Ich hab hier auch noch ein bisschen was dabei. Ja, ja, ja. Hier, zack. Ich hab auch zwei, zwei Sachen hab ich draufgelegt. Oh, Mensch. Oh, nein. Oh, nein. Oh, da will man grad essen. Ja, da kommen sie... Oh, Alter. Na klar, wenn's was Gutes gibt. Oh, der kommt schon mal Periode. Hey, 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 hey. Oh, nein. Ich hab das Feuer zerstört aus Versehen. Egal. Egal. So. Oh. Aber das Essen ist fertig, Dobi. Oh, nice. Wir sind jetzt auch im Schreien hier. So, gehen sie mal aus dem Weg, bitte. Entgibt Essen. So, hier, hier liegt's. Ach, da. Ja. Köstlich. Das war köstlich. Ja. Brauchen wir noch Knochenrüstung eigentlich? Also im Moment brauch ich nix. Ich mein, wie viel hab ich jetzt? Vielleicht auch Vorrat. Ich hab sieben hab ich noch. Ähm, also wir könnten, wenn sie schon mal da sind, können wir halt beraten kurz, ne? Ich mach mal ein Feuerchen. Oh, okay, okay, okay. Ich würd mir dann auch noch mal schnell... Zack. Lups. Dat geht ja schnell. So. Ich würd mir dann auch schnell noch kurz was mit reinlegen. Vielleicht. Gleich. Ah. Boah. Ja, leider. Den kann man leider nicht, ne? Wär irgendwie cool. Boah, der ist aber auch... Wie viel Knochen muss... Wie viel Knochen muss der denn haben? Ihhh, wie das wabert hier oben der Hals. Ihhh. Oh ne, naja. So, deee ne, 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 nee. Ne, 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 ne. Lala... Mach du das mal auf Vorrat. Ich hab... ich hab ja noch sieben oder so, glaube ich. Gönn dir mal, Tobi, gönn dir mal. Richtig Rüstung auf Vorrat. Geil. Weil du springst ja immer mitten rein und weichst nie aus. Ich versuch's, aber irgendwie trifft mich dann immer ein anderer. Echt? Also ich mach immer nur strafing, immer rumstrafen und dabei zuschlagen. Mehr mach ich eigentlich nicht. Ja, ich auch. Also so seitwärts gehen quasi, ne? Ja, genau, genau. Aber immer wenn ich das mache, kommt immer ein anderer und trifft mich dann. Oh. Du musst ahnen, ob jemand hinter dir steht, Tobi. Achso. Okay, warte, da sind noch zwei Knummern. Ich kann grad nichts reinlegen. Hä, wieso kann ich denn mein Fleisch nicht reinlegen? Äh, ii. Ah, jetzt. Äh, warum ist der jetzt ein Vogel? Hallo? Hm? Aufm Grill. So. Oh. Jetzt weiß ich, warum dir mal Rüstung fehlt. Langsam, äh... Nee, da geht doch keine Rüstungsflöte. Nee, ich glaub nicht. Ich muss mich waschen wegen Infektion. Ich muss mich waschen wegen Infektion. Ja, ich hab schon wieder diese ansteckende Krankheit. Ii, ich geh dann mal. Tschüss. So, gut. Gegessen, getrunken, Knochen. Alles gut. Also von mir aus, äh, ich bin bereit. Wir können gerne weiterziehen. Soll ich? Ich überleg grad, ob ich so ein Lager nochmal baue, dass wir speichern können. Ja, momentan geht's ja, oder? Ich glaub nicht, dass wir hier sterben. Wir suchen ja nur Wildschweine eigentlich. Nicht, dass The Forest gleich wieder abschmiert oder so. Nee, nur Discord macht wieder komische Geräusche. Blah, 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 blah. Oh, warte mal. Da läuft, da läuft was. Wenn ich jetzt nur wüsste, ich muss ganz kurz irgendwo baden. Oh, hier ist's, glaub ich. Was ist das denn? Ah. Ah. Arschbombe! Yeah! Ah, schön. Oh, ja, geil. Arschbombe! Hier sind wieder, hier sind wieder Koffer drin. Hey, die kriegt man ja gar nicht auf. Nee. Boah, die müssen... Man kann die rausschubsen. Ah, ne, Luft müsste ja nicht drin sein. Die sind wahrscheinlich vollgesifft mit Wasser. Toll. Ah, was willst du machen? Bestimmt vollgeilen Sachen drin, ey. Boah, schön mit dem Wasserfall hier. Das wär ja auch ein schöner Ort zum Wohnen. Oh! Was denn? Hä, wo kommst du denn hier? Hä? Cool. Gut überströmtes Wildschwein. Ja, Mai, wo ist das denn? Wo kommst du denn her, Kleiner? Da bin ich aber neidisch jetzt. Ich will auch ein Wildschwein. Mama, ich will auch ein Wildschwein. Ich krieg nur wieder lausige Kanickel. Vielleicht ist das dein Bestimmung, Erik. Kaniquel. Ich find Kaninchen ja eigentlich echt süß. Ja. Doch, ich hatte auch mal einen. Ja? Wie hieß denn der? Ja. Der hieß Kalli. Oh, das ist ja süß. Da haben wir so Löffelohren gehabt, so nach unten hängende. Ah, so Schlappohren? Voll cool. Ein Zwergkaninchen. Der hat dann aber zwei Schlaganfälle im Käfig gekriegt und war dann tot nach acht Jahren. Boah. Zwei Schlaganfälle auch noch. Mhm. Wie alt warst du da? Äh, 14 glaube ich. 14, 15 so wurde in dem Dreh. 16, so die Ecke. Boah, prägt aber auch ein bisschen, ne? Ich glaub, wenn man so mit Tieren aufwächst und die sterben dann ist, glaub ich, schon so ein bisschen prägend. Ja, das ist, das ist Hölle. Das ist ja auch, wo die Katze letztes Jahr eingeschleppert wurde, ein Tag vor meinem Geburtstag. Das ist halt echt, und ich hab halt echt bei den Hunden so, ich hab so Angst davor, weil der Tag irgendwann kommen wird. Und bei Hunden ist es halt nochmal eine Ecke krasser. Aber gut, in dem Moment, wo du dir so ein Tier holst, unterschreibst du das halt mit, ne? Den letzten Weg auch mitzugehen. Ja, richtig. Dem muss man sich nicht bewusst sein. Äh, ich hab übrigens, apropos, ich will jetzt nicht ablenken, bei mir steht ein neues Tier entdeckt und ich weiß beileibe nicht, was ich gerade entdeckt haben soll. Du hast gerade ein Hase rumgeflitzt unter dir. Vielleicht ein Schneehase? Oh, jetzt hab ich alle Tiere entdeckt, das ist natürlich toll. Tiere zwei. Schnee, der heißt Schneeschuhhase. Schneeschuh? Schneeschuhhase. Oh ja, oh, bis auf den Hai hab ich alle entdeckt, weißer Hai. Den Hai hab ich noch nicht entdeckt, alles andere hab ich aufgedeckt inzwischen. Es gibt weißen Hai? Offenbar. Krass. Hä, aber die Ringelblumen hab ich noch nicht entdeckt, obwohl ich schon, ich hab die schon gesammelt ohne Ende. Und Schachtelhalm hab ich nicht entdeckt. Pfifferling hab ich auch noch nicht entdeckt. Sonnenhut und Weidenrö, willst du mich verarschen? Sagt das Spiel mir gerade, ich soll mehr Blumen sammeln? Nein, ein bisschen nicht, ich weiß wie das bei The Witcher, was da passiert ist, Erik. Ja, aber die waren ja nötig. Lass das bitte. Die waren ja nötig. Achso, ja, ja, ja. Ja, geht schon. Ich muss unbedingt noch The Witcher 3 endlich mal spielen, ne? Hast du noch nicht gespielt? Ja, ich hab's schon gespielt, aber nicht weit. Ich glaub, die ersten drei Stunden oder so. Also hast du... Ja, die Bombszene am Anfang im Badezimmer handelt, reicht mir. All klar, und dann wieder neu starten, so. Ja, nächsten Abend dann. Oh, ne, The Witcher lohnt sich aber. Da hast du... Wobei ich immer sagen muss, bei The Witcher, was mich immer ein bisschen aufregt, ist diese... Oh, warte, warte, du hast gerade einen ganz miesen Connect, oder ich? Hörst du mich gerade noch? Ich... Hör dich gerade gut, hör ich mich aber noch gut an. Ah, jetzt hörst du dich wieder gut an. Eben gerade, warte mich auf, ne? Das war diese Jennifer. Ähm. Ja, die ist halt, die ist halt, wie sie ist, ne? Die ist halt auch, hat halt auch ihren eigenen Charakter. Ne, ich mein, ich mein der Name. Ach, Jennifer. Aber wieso? Das heißt doch Jennifer, oder nicht? Hör mal, das sind ja andere Standards. Der Geralt wird ja auch mit T geschrieben, nicht mit D. Das geht gar nicht. Und er ist gar nicht Geralt, wie man es gewohnt ist. Geralt. Geralt, wie ist mir durch die Beine schallt? Oh, wir sind ein Hai. Er ist tot. Weißer Hai, weißer Hai, weißer Hai, weißer Hai. Warte, da weiß der nicht, weißer. Oh. Oh. Huch. Ah! Aber der war natürlich auch cool für den Kamin irgendwo, ne? Oder für irgendwo. Ja, der sieht sehr schüchtern aus. Ach, der verliert man dann auch, schade. Da schwimmt sogar noch einer. Oh, hier sind... Hier ist Cola. Warum sind die alle tot? Naja, weil die Eingeborenen hassen Tier... Ne, eigentlich ja nicht. Eigentlich passt das gar nicht, dass die tot sind. Ich weiß gar nicht, warum. Oder vielleicht, weil das aggressive Tiere sind. Vielleicht werden die deswegen getötet von den Eingeborenen. Ja, geil, Alkohol im ersten Koffer. So lobe ich mir das. Oh, hier sind noch Batterien. Ja, Tape, Alkohol. Hä, wie sagst du denn Alkohol gerade gesammelt? Und ich hab nicht bekommen. Oh. Ist Alkohol nicht, ist Alkohol nicht stackbar quasi? Eigentlich. Kriegt das nicht jeder Schau... Vielleicht ist Alkohol, weil das immer man da draußen eine Waffe machen kann. Vielleicht geht das deshalb... Keine Ahnung. Würde mich wundern. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warum weißt du es nicht? Ich wusste keine Ahnung. So wie es? Ich muss es doch wissen. So, guck mal. Ich hab für uns jetzt hier ein neues Wohnobjekt. Am Strand lage traumhaft, oder? Das ist schön, ey. Das ist gut. So ein schönes Tapetchen noch rein. Begebern Kleiderschränkchen. Da würde ich gern wohnen. Mit einer Rutsche. Hui. Warte. Warte. Oh. Ja! Oh, das ist voll geil. Das ist voll geil. Hm. Ja, wir sollten den Wärmeanzug machen, damit wir bald endlich wirklich, ne? Ja, von dem Hügel da oben runter. Ich will unbedingt den Berg runter, aber richtig den Berg runter. Ich frage mich, ob man da sterben kann. Mir egal. Wir speichern vorher und dann geht's los. Ja, Mann. Vor allem mir egal. Wir speichern vorher. Das ist richtig heroisch. Ja, richtig, richtig, richtig Leben am Limit einfach. Überschaubaresrisiko.de Wenn wir los. Tja, ein bisschen Haarspray. Was denn? Das sah am Anfang noch ganz cool aus. So, sind das nur zwei Hütten hier? Nee, doch. Sind nur zwei Hütten. Ich dachte, es sind mehr. Sind nur zwei, ja. Ich hab keine Ahnung. Aber hier sind auch halt... Was machen wir hier eigentlich? Ja, wir suchen Wildschweine. Hier, am Strand. Wo Wildschweine ja immer vorkommen. Das ist ein natürlicher Lebensraum von Wildschweinen. Richtig. Richtig. Strandurlaubswildschwein. Na ja, es hat ja sein... Also, da waren zwei Hütten und ich war neugierig. Was ist denn das? Hat die auch noch Holz vor den Hütten? Oder war da nichts gerade? Nee, da war nichts, aber nur Wasser vor der Hütte. Ah, okay. Dann heizen die bestimmt mit Gas, wenn da kein Holz vor den Hütten sind. Wahrscheinlich, ja. So. Wie Wildschweinleder hab ich eigentlich hier? Also, ich hab dreimal Rehfell. Ja, wo ist denn das Wildschwein? Rehfell, Waschbärfell hab ich dreimal. Da haben wir genug. Rehfell hab ich fünfmal sogar. Haselfell dreimal. Ah, Wildschwein, Wildschwein hab ich dreimal. Wo ist denn das Wildschweinfeld? Ich, ich, ich seh das gar nicht. Das ist rechts. Achter, ich hab nur ein, einmal hab ich nur. Also, aber vier. Wie viel brauchen wir insgesamt? Sechzehn, ne? Zwölf, glaub ich, oder? Okay. Ich weiß, ich weiß es, keine Ahnung. Äh, Wärmanzug. Ah ne, acht. Wir lagen beide komplett richtig. Also, zweimal, zweimal acht quasi? Nein, zweimal vier. Zweimal vier brauchen wir. Zweimal vier. Acht insgesamt. Na, geil. Ich guck immer noch nach Höhlen hier übrigens die ganze Zeit. Ja, Mann. Die Höhlen sind halt echt immer ein Highlight, ne? Oh, wie cool. Wie cool. Ich will jetzt... Und ich will die ganzen Berge erforschen. Ich würde da gerne versuchen, überall rumzuklettern, einfach. Mh, 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 mh. Ich hätte jetzt auch richtig Bock auf so einen schönen, selbstgemachten Hot-Talk, ne? Tobi, was ist da los? Ich hab Hunger. Das fällt gar nicht auf. Du kannst es echt gut verbergen. Ja, weißt du, das sagt er. Weißt du, er nachher... Ja, ist das denn? Na, Döner würdest du wohl essen, ja. Ja, gut. Ich hab jetzt Döner für nach der Aufnahme, ne? Aber das ist ja mein erstes Essen dann heute quasi. Komm, ey. Was denn? Ne, geht gar nicht. Kleines Dönerchen, Tobi, hm? Ja, ja. Ob man hier ne Treppe hochbauen kann und dann quasi darüber jetzt nach oben kommen, käme hier? Weiß ich nicht, aber hier ist, glaub ich, eh zu kalt, ne? Ja, jetzt ja, aber später mit dem Wärmeanzug. Tobi, da werden wir hier richtig, äh... Ne? Die Welt aufräumen. Wow. Wow. Im Wintergebiet Wildschweine auch eher unüblich, ne? Immer noch kein Wild... Immer noch kein Waschbär gesehen hier. Ne, die sind bei uns da irgendwo. Ein paar Fälle hab ich ja schon. Ich glaub, so viel brauchen wir dann nicht mehr. Obwohl, ich weiß gar nicht mehr. Mach ein Feuer. Mach ein Feuer. Winter is coming. Bald, Tobi, bald. Im April geht's weiter. Highlight. Echt das Highlight an der ganzen Serie, das Intro. Ach, Tobi. Trigger mich doch nicht, hm? Nein, ich weiß, die ist ja schon gut, aber ich, ich, also ich kann auch den Hype verstehen. Aber ich, für mich ist es halt irgendwie nix. Keine Ahnung. Ich mach mal ein Feuer. Wie, wie weit hast du geguckt? Wie weit hast du geguckt? Ich frage nur. Die ersten drei Staffeln. Okay, okay. Dann ist die wirklich nix für dich. Ja, die ersten zwei waren rumgefögelt, die dritte war ganz nice, aber ich bin überfordert bei der Serie. Also deshalb, ich find die geil. Ich find auch das Setting cool und alles, aber ich bin irgendwie überfordert. Dann komm da nicht mit. Dann geht's ja wie allen. Iiii. Okay, gut. Ah, super. Ich, ich klau dir mal was gleich. Achso. Ich könnte reorganisieren, ganz kurzfristig. Also ich hab auch noch hier, ich hab hier noch zweimal roten. Och, nö. Och, warum denn immer, wenn was zu essen auf dem Tisch hier ist, Mensch? Das kann doch nicht sein. Vielleicht deswegen. Was wollen die denn dauernd? Vielleicht was zu essen. Ich hock mich mal hin. Ich tu auch so, als wenn ich nicht beeindruckt wäre. Ich hab mir einen geklaut. Das war schon ganz schlusslich. Schmeckt. Okay, ich bin gleich wieder da. Däh, däh. Hey, hey, hey. Ist er bei dir? Hey, hey, hey. Ich bin sofort da, Tobi. Ich bin sofort da. Ich wollte noch ein bisschen Fleisch auf Tasche haben. Hey, hey, hey. Komm mal. Jetzt schreien wir nicht so rum hier. Was ist denn los? Mensch, Junge. Schön mal dein Leben. Feier mal ein bisschen Party. Fällst du davon hin? Das ist a party. Don't you know, lala. Okay, der war so schnell weg. Der hat nicht mal ein Aufhebesymbol. Guck mal, ich hab da einen Kuss mit auf der Tasche. Der hält aber ganz schön was aus, wa? Keine Ausdauer mehr. Ach, jetzt. Hab ich gesehen. La, 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 la. Das waren die weißen Wanderer. Stimmt. I'm a wanderer, du, 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 wanderer, du. Round, 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 la, la, la. Oh, Sony acclaimed. Oh, shit. So. Fuck. Fuck. Ach, Alter. Noch einer. Ach, Mensch. Wann ist denn jetzt schon wieder mit denen los? Sucht der seine Kinder? Schönen doch mal an, euer Leben. Der sucht seine Kinder. Deine Kinder sind hier. Denen war kalt. Wir haben ihn ein bisschen aufgewärmt. Ähm. Bitch, please. Oh, da kommt noch einer. Oh, das ist wieder so ein Kreuzprediger. Oh, der rennt aber weg. Oh, okay. Der hat noch Respekt. Zurecht. Der hat noch Respekt vor die Wanderer. Oh, hallo, Inge. Inge war der Zau nicht beim Bingo. Ich hab den Pfeil gerade geklaut. Ja, das ist in Ordnung. Aber ich hab gerade einen Lauf. Was ist das? Ja, ja, sehr gut. Und wo ist denn der Typ mit den Kreuzdingern? Kreuzfeld Jakob. Nennen wir ihn auch Kreuzfeld Jakob. War es nicht so eine Kräfte? Und steckt er ja im Stau am Frankfurter Kreuz. Oh, ho, 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 ho. Ich kann mich kaum halten, Erik. Kreuzbandriss. Na, wer ist denn da schon wieder? Ach, da ist er doch. Moin, ja moin, Macker. Komm ran. Hier, wir haben Burger für alle. Oh, das war aber jetzt... Was grützt du mich an, du Penner? Ich biete dir ihren Platz am Feuer. Was ist mit dir? Du krankes Schwein. Ich glaube, es hackt, Arschloch. Du Arschloch. Arschloch. Tobi, dein Pfeil. Du hast keine Ausdauer. Tobi, da ist noch ein Pfeil von dir. Wenn du den möchtest. Der, hier. Oh, ja, ich komme. Das Reh hat mich gerade extremst provoziert, aber aufs Heftigste. Okay, ja gut, das ist natürlich auch eine üble Gegend hier. Das kann ich mir halt auch überhaupt nicht gefallen lassen. Das ist ja nicht nur der Berg, das ist ja auch die soziale Kälte hier in diesem Gebiet. Da muss man natürlich gucken. Ja, nee, weil ich sehe das halt auch nicht, weißt du? Ja, wir haben hier Nachbarschafts-Shelter, weißt du, Wärme für alle, aber die kommen halt und können sie einfach nicht, die wissen nicht genau, wie man sich benimmt, dankbar ist. Nee. Da muss man schon mal auf die Finger hauen mit dem Katana. Weißt du, die kommen halt auch in unser Shelter und benehmen sich wie das Letzte. Das geht einfach nicht, das geht einfach nicht. Oh, da kommen, da hinten sind ja welche. Einer hat zwei, glaube ich. Einer kommt gerade über Kreuz angerannt. Renn vorbei. Gut. Vielleicht wissen die einfach schon Bescheid. Oh. Easy. So, wie viele Knochen? Elf. So, wie viele Dinger? Zehn Knochenrüstung habe ich jetzt wieder complete. Ich habe auch fünf. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Boah, wie schön, dass der gerade mit dem Sonnenaufgang aussieht, ne? Boah. Ach, ich finde den Berg immer noch so geil. Sonnenaufgang. Ja, Mann. Sonnenaufgang sehe ich gerade nicht so richtig, weil wir in dieser Talsenke sind. Aber man sieht so ein bisschen das morgendliche Rot. Verstehst du was, Schwein? Ja, das stimmt. So ein bisschen gelb. Ich freue mich schon. Komm, wir ziehen weiter. Ich freue mich schon. Ii. Ich freue mich schon, wenn wir auf dem Berg sind und von da oben den Sonnenaufgang sehen. Boah, ja. Sag mal. Hm? Ah, scheiße, ich bin ganz ehrlich, was soll das? Siehst du, provoziert schon wieder. Siehst du das? Boah, okay, alles klar. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Das ist echt... Hä? Boah, hab ich mich erschrocken gerade. Hä? Wie gesagt, hä? Hat mich schon ein bisschen erschrocken. Ja gut, das ist ja jetzt aber auch selbstmannschuldig. Boah, wer ist er denn? Weiß ich nicht. Ja, der steht einfach da. Nicht mehr lange. Oh, ich zitter, das ist scheiße. Scheiße. Okay, ich probiere auch mal. Oh, tatsächlich. Ah, ich ziehe drüber, warum? Ah, jetzt ist er gegangen. Das gibt es doch gar nicht. So schlecht war ich noch nie. Ja, das ist irgendwie, weil man halt auch zittert, ne? Da kannst du irgendwie... Ach komm, leck mich doch, ich hau jetzt ab. So bin ich jetzt immer in der Herre, ne? Ich veräfriere. Oh, krass. Ah, Popo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tobi, wo bist du? Ich bin den Berg hier runtergegangen. Ich komme. Ach du Scheiße, das ist ein großer See hier. Ich habe ein bisschen Ausdauerprobleme gerade, aber... Oh, gut, das kriegen wir nicht. Gute Tag. Was geht? Hallo? Der ist schon fast, genau. Der andere war das Problem. Der hat doch eindeutig CDs um seine Hals. Die sind auch raubpupiert. Richtig halt auch. Ja, also das wollte ich nochmal sagen. Oh, wie schön das... Ja, ich will auf jeden Fall im Wintergebiet noch ein Häuschen. Oh, hätte ich voll Bock drauf. Voll geil hier mit dem Fluss, äh, mit dem See hier. Voll geil. Also ich will mal ganz kurz, ne? Für Leute, die hier zuschauen immer noch und diese Geduld mit uns haben, weil wir nicht einfach nur Straight Story spielen, was ich eigentlich ganz gerne mag. Sollte man nach dem Ende noch weiterspielen können, hättet ihr da eigentlich Bock drauf, wenn wir wirklich noch ein bisschen weiterspielen? Oder sollen wir dann einfach sagen, okay, wir brechen ab und machen sofort was anderes? Oder sollen wir dann lieber nochmal ein bisschen irgendwas kleines bauen? Irgendwo vielleicht hier im Schneegebiet oder sonst irgendwas? Ähm, weil ich glaube, wenn wir jetzt Straight Story spielen würden, dann hätten wir nicht mehr so viele, oder? Ich kenn mich halt mit der Story null aus. Ich weiß es nicht, aber so ein Winterhäuschen hier oben wär natürlich schon geil. Also ich find das irgendwie... Ich mag diese Mischung eigentlich immer. Und jetzt sind wir momentan mehr unterwegs. Vorher haben wir mehr gebaut. Hm. Wobei die Tour jetzt grad nicht so erfolgreich scheint, ne? Nee, überhaupt nicht. Also wildschwein-technisch ist es eher mau. Aber optisch find ich das Schneegebiet halt voll geil, auch wenn wir hier grad erfrieren. Ruffelmau. Oh, Megalul. Boah, der Berg. Er sieht schon geil aus, ne? Ah, ja. Oh, ich trink mir mal ganz nichts. Oh, ne Cola. Tobi, wo bist du? Warum läufst du denn sowas so schnell? Ach, bist du schon? Ach, du bist... Ach, so, Leute. Ich dachte, du bist hinter mir. Ich bin hinter dir. Aber... Ich dachte halt, weil wir erfrieren und gleich Schaden kriegen, so, weißt du? Ach so, ja. Ich genieße grad voll die Landschaft hier. Ich find das voll geil. Ach so, ja. Ich guck mich hier die ganze... Ich versuch mich die ganze Zeit umzugucken und irgendwie schöne Bilder einzufangen. Ich bin voll der Tourist einfach. Erik? Ja. Hier, provoziert schon wieder. Siehst du das? Schnapp's dir. Ich nehm seine Mutter hostage. So, hab. Vater ist abgehauen. Aber du wirst bluten für deine Kinder. So. Den Vater lass ich leben, damit er weiß, was er angerichtet hat. Mit seiner Erziehung. So. Ich nehm auch noch das Fell hier mit. Und das wär's ja wirklich schade. Ja, ja, das ist das auf jeden Fall. Das Fell brauchen wir, glaub ich, auch, oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaub, wir brauchen keins mehr, aber man kann ja nicht genug davon haben. Ja, sicher. Ist halt sicher, ne? Oh, bei mir steht auch, du hast Hunger, finde was zu essen. Weißt du, was gut schmeckt? Mutter von nicht erzögenden Kindern. Guck mal, in so einer schönen Zahlsenke zubereitet. Also da ist auch alles, alles Gute der Natur. Kommt hier zusammen. Oh, hier ist aber auch schön, ne? Ist das nicht das, wo wir vorhin waren? Ich weiß es. Sind wir schon wieder einmal im Kreis gelaufen? Naja, wir sind einmal hin und zurück, glaub ich. Oh, guck mal, komm mal mit nach da vorne. Guck mal hier, da geht's ja auch noch. Wobei, hier waren wir noch nicht, glaub ich, oder? So. Ich bin ja eh blutüberströmt. Ich muss nochmal... Ah, wasch dich. Ich stroll aber hier oben rein. Wenn ich hier oben hinpinkel, kommt das bei dir unten an, ne? Ja, das wäre auch ganz gut, weil der Fluss ist ein bisschen kalt. Ich will mich ja waschen, aber ich kann mich nicht waschen. Kannst du mich vielleicht anpinkeln, wegen Desinfektion? Guck mal, hier kannst du nicht waschen. Das ist doch tief genug. Ich wasch mich, ja. Oh, Spamuah! Ah, schön. Hier ist bestimmt angenehm zu schwimmen. Aber echt ganz cool hier alles, ne? Das sieht halt geil aus. Ich würde auch gerne in so einem Bach jetzt schwimmen, hier in so einem Ding, in so einem Teich. Bei minus 20 Grad. Das wäre schön. Ja. Und dann direkt in den Schnee wieder laufen. Habe ich mal gemacht, als ich klein war. Im Bad Kliesemarode, in Braunschweig. Da kannst du in den Außenbereich schwimmen. Da hast du so ein Pool, also so ein Becken. Das ist ziemlich kalt, gemessen an den anderen, so vom Innenbereich. Da kannst du aber auch rausschwimmen, auch im Winter. Alter, haben wir gemacht, als dann Schnee lag draußen. Richtig fett. Einmal rausgeschwommen und dann ausgestiegen und erst mal so halbnackt durch den Schnee gelaufen die ganze Zeit. Das war so gut. Und wenn du dann wieder zurück ins Becken, wenn du wieder ins Becken springst, dann ist das Becken auf einmal richtig warm. Ist halt wie, ist halt für einem, für die, für die, für die, für die, für die Abwehrkräfte, ne? Für, für die, für Immunsysteme, genau, genau, genau. Voll gut. Und hat auch sauch Spaß gemacht. Dann rennst du aber raus und rufst um, Juhu! Damals, als noch Schnee lag. Ja, ja, Mann. Da sagst du was. Obwohl jetzt Februar wahrscheinlich wieder, ne? Ja, jetzt haben wir wieder weiße Ostern dann. Ja, bestimmt. Boah, das sieht aber schon krass aus, die Felsklippe da vorne. Ja, da müssen wir irgendwie hoch. Also, ob wir an die Spitze, komm an die Spitze. Ich würde das gerne rausfinden. Nee, ich hab keine Ahnung. Es sieht sehr hoch aus und irgendwie sieht das nicht so aus, ob es da oben noch weitergeht. Keine Ahnung, ich würde gerne von der Spitze dann, äh, quasi eine Seilbahn zu unserem Haus bauen. Einfach nur, weil es geht. Vielleicht, wenn es geht. Oh, das hier. Ich will auf jeden Fall von da oben mit dem, mit dem Dings runterfliegen da. Mit dem Segelflieger, ne? Da müssen wir doch gucken, wie man den herstellt. Ich weiß noch gar nicht. Mit dem Segelflieger und einmal mit dem Schildkrötenpanzer. Dann haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Dann können wir noch nicht aufhören. Ich meine, wir sind ja, wir sind ja schon fleißig dabei zu suchen, aber wir finden einfach keine Wildschweine. Wir müssen nochmal gucken, echt, wo es die gibt. Oder vielleicht zu den Gebieten gehen, wo wir die schon gefunden haben und hoffen, dass es da Respawns gab. Vielleicht brauchen wir ja eine Wildschweinfalle, so eine Mobfalle. Was ist denn das da? Was ist das? Ein Koffer. Mit Pfeilen. Ja, danke. Oh, nice. Oh, hier ist noch Benzin für die Kettensäge. Ach, ja gut. Da pank ich mal nach und nehme mir gleich eine mit. So. Wenn es schon mal da ist, wie kommt das jetzt hier her? Das weiß ich allerdings auch nicht. Vielleicht wird uns jemand was sagen. Oder verführen. Und hier sind ganz viele Bäume. Also das ist schon, das ist doch kein Zufall. Das war doch keine Höhle oder sowas, ne? Ne. Also ich weiß ehrlich nicht, ich weiß nicht, ob es auf der neuen Insel, also auf diesem neuen Teil hier Höhlen gibt überhaupt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine gibt. Ich weiß nicht warum. Irgendwie macht es Sinn, dass es hier welche gibt. Das ist das Flugzeugteil. Oh. Oh. Ja, geil, Tobi. Geiles Auge, Tobi. Ja, Mann. Richtig guter, deswegen auch der Koffer. Oh, nehme ich nicht mit. Alles klar, Leuchtpistole. Oh, nice. Aber nur die Leuchtpistole. Oh, was ist mit denen passiert? Oh, hier ist noch ein Bild. Oh, warte, ich gucke gleich. Ja, dem geht's, keine Sorge, dem geht's gut. Ach, alles easy. Und er hier, ja gut, der ist halt engagiert. So, ich gebe die mal mit, die Leuchtpistole. So, Bild mal kurz gucken. TV-Stars-Wife Dies. The Tragic Accident. Sieht irgendwie aus wie... Sind wir TV-Star, Alter? Sind wir, ich glaube, wir sind TV-Star. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wieso ist die Frau tot? Ih, da war ne Spinne. Warte, wir müssen mal kurz was gucken. Okay, schön, dass wir eine Leuchtpistole haben, aber so wichtig ist die jetzt auch nicht, ne? Hä, was macht die? Die chillen da ja voll drin. Guck mal, kein Wunder, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Ja, das ist ein nicer Dude. Hä, wenn man so im Flugzeug gammelt, ne? Das ist so wie die Leute, die einfach immer so komplett zurückgelehnt mit der Lehne Auto fahren und mit einer Hand oben auflegen. Also da wundert mich aber nichts, Tobi. Da wundert... Hey, moin. Da wundert mich einfach nichts. Ne, das geht auch gar nicht einfach. Ich finde das total unverantwortungslos. Wegenüber den Menschen. So, und aus dem Grund, weil das jetzt hier so, beende ich jetzt die Folge. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Bist du wieder so frustriert? Jetzt, ne, das sehe ich ja gerade. Jetzt guck doch mal, was machen die denn da bitte? Tja, während wir hier, weißt du, unseren Überlebenskampf ausfechten, hängen die beiden einfach wieder faul in der Gegend. Oh, ich muss Feuer machen. Ich habe schon. Ah, super. So, dann würde ich ja noch mal ganz kurz ein bisschen, komm, das mache ich noch mal schnell in dieser Folge, noch mal ganz kurz ein bisschen Reh. Oder? Komm, ich hau dir auch noch mal ein bisschen was drauf. Guck mal hier ein bisschen was drauf. Ja, sehr gut. Hier, vier Stück. Ich habe alle vier Stücken draufgehauen, Tobi. Tobi, richtig, heute können wir uns richtig. Schlecker, meine Leibspeise, selbst erlegtes Reh und gehäutet. Hm, das ist was Feines. Ah ja, hier nochmal Geld verbrennen. Guck mal hier. Ich werde mit der Tool buchen. Kommt alles hier rein. Ja. So. Oder ist das vielleicht hier, äh, ist das eher Rhein-Streik? Oder eher Berlin, ich weiß es nicht. Der letzte Flug. Hm. Was? 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 Ja, gut, dann würde ich sagen, nächste Folge. Ja, würde ich auch überhaupt, ne? Dann müssen wir langsam auch mal, äh, jetzt würde ich aber echt gerne die Wildschwein-Sachen finden, ne? Also jetzt würde ich wirklich gerne Wildschweine finden, nächste Folge. Und dann sind wir dann endlich mal. Was ist denn da hinten? Ach, wir haben ja auch die Karte dabei, ne? Stimmt, ja. Ja. Oh. Das ist doch aber nicht die komplette Karte, oder? Wo sind wir denn jetzt gerade? Ach, da oben irgendwo. Doch, das könnte die komplette Karte sein. Ich habe das, das, dieses riesige Sinkhole in der Mitte irgendwie. Das eingeborene Dorf ist, glaube ich, unten rechts. Wir haben aber noch nicht, wir sind noch nicht alles abgelaufen hier. Hm, aber gucken, was da noch so kommt. Vielleicht finden wir doch noch in der Höhle in der nächsten Folge, wer weiß das schon? Ich bin gespannt, also ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Irgendwo hier wird bestimmt noch was sein. Ich kann mir nicht vor, ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach, dass die hier nichts haben. Dass es das Gebiet einfach nur so gibt, aus Spaß. Hier muss was sein, Tobi. Ich kann, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ja, also irgendwas. Wintergebiet, schön und gut, ist auch ganz geil, aber hier muss es noch was geben. Und der Winteranzug muss ja auch seinen Grund haben, dass man den braucht. Wir brauchen den ja bald nicht mehr. Ja, wie es aussieht, ja. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und nächste Folge kriegen wir uns hoffentlich hin. Ja, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017